Richtig. Und dass du offen wirst, desto rauf. Lassen wir den Nachmittag freigehalten? Für jedes Jahr. An mir soll es nicht liegen. Oh Mann, das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen. Probleme? Wenn wir 23 mit Bild 25 tauschen, dann schaffen wir die 17 nicht. Boah, jetzt ist es schon fast drei, ne? Ja, aber wenn ihr die beiden trotzdem tauscht und Bild 27 am Samstagvormittag reinschiebt, dann kriegt ihr die 17 im Banner. Walter Winter, ich hatte Ihnen mein Drehbuch geschickt. Das Bild hier, das sich ausprobiert. Ach, die Lesbogeschichte. Ja genau, Sie haben es gelesen. Hat es Ihnen gefallen? Die Exposition ist zu lang. Lassen Sie sich von meiner Assistentin einen Termin geben. Wir sehen uns. Du bist bei mir, bleibst auf dem Hof, kümmerst dich um die Kühe und dann kümmerst dich um eine Frau. Bauer. Dann kriege ich meine Bruderung. Die beiden, die müssen ich mal testen. Hahaha. Ich grüße dich, ich bin der Memo Fried. Schau gerne mal auf die Bilder einladen. Also du und ich, wir können das dann mal ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent. Und du bist? Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und äh, sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber weißt du, ist nicht schlimm. Äh, ich will nicht für uns beide denken, du musst nur wie gut aussehen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Ich bin angenehm.